Beste Saatgutqualität, Erfolg wie geplant. Strube-Sorten halten, was die Genetik verspricht. Strube-Saatgut ist vorbildlich homogen, hochkeimfähig, fälltaufgangsstark und wüchsig. Das Stressverhalten überzeugt, die Kontinuität der Qualität beeindruckt. Die hohe Saatgutqualität ist das Ergebnis wegweisender Forschungs- und Entwicklungsleistungen von Strube. Mit Innovationen wie der Einführung der Computertomographie und des Pflanzenlaserscanners für die Qualitätssicherung treiben wir den Fortschritt in unserer Branche voran. Strube-Saatgutqualität bedeutet, dass das genetische Potenzial ausgeschöpft wird. Die Sorten bringen auf dem Feld unserer Kunden die maximalen Ergebnisse, die von unseren Kunden erwartet werden. Diese Qualität rechnet sich für unsere Kunden. Sie verschafft ihnen Sicherheit und wirtschaftliche Stärke. Strube. Hier wächst Ihre Zukunft. Strube-Saatgutupunzen können die Auswahl hohe Saatges